Gut, so. Mir ist noch dazu eingefallen, was ungefähr dasselbe Spruch ist, wie was du gerade von Marc Aurelius gebracht hast, aber vielleicht ein bisschen in die andere Richtung abgerundet sozusagen, dass du nämlich nicht das, was du preachst, also das, wofür du predigst, was so wichtig wäre, wenn wir tun in unserer Arbeit oder wo auch immer, sondern das, was du tolerierst, ist, dort liegt die Linie sozusagen, die du eben, also was du akzeptierst, und der Unterschied ist riesig, weil über irgendwas zu predigen, man sollte dieses und jenes, das ist natürlich super billig, das kann man den ganzen Tag lang, aber irgendwie darauf zu schauen, dass dein Team auch wirklich darüber ist und die Arbeit entsprechend abliefert und die Qualität dahinter abliefert und die Prozesse einhält etc., das ist eine ganz andere Geschichte, die einen wesentlich größeren Effort erfordert, also ein Bemühen dahinter und die auch echte Arbeit, weil du musst halt dann ab und zu mal Dinge kontrollieren, du musst irgendwie nicht nur eben reden, sondern auch Maßnahmen dann setzen, wenn Sachen nicht eingehalten wurden, die besprochen worden sind, und das ist, die Amerikaner sagen ja auch ganz gern walk the talk, auch das passt da sehr gut hinein, also einfach, ja, geh mal in diesen Schuhen, was du da predigst sozusagen, jetzt ein bisschen frei übersetzt, und das ist halt genau das, wieder zurückkommen zu unserem Beispiel, ja, man kann sich mal wo verlaufen, das ist absolut möglich und legitim und im Idealfall reflektiert man dann darüber und denkt sich, wieso war in dieser heutigen Besprechung eigentlich so viel Widerstand, also wenn man es nicht gleich instant gemerkt hat, weil man hat sich ja wahrscheinlich emotional wo verlaufen, ja, also man ist irgendwie da in Rage gekommen und wie auch immer passiert, ja, und dann sollte man sich vielleicht irgendwie dann bei einer ruhigen Minute dann denken, wieso war in dem heutigen Meeting eigentlich so viel Widerstand, habe ich irgendwie ein neues Thema angerissen, bin ich irgendwie mal auf die Zechen gestiegen, habe ich Sachen gefordert, die vielleicht unerwartet waren, oder die so noch nie da waren zum Beispiel, oder sehe ich irgendwas nicht, was das Team eben sieht, ja, und mit dieser Erkenntnis dann daraus die Schlüsse ziehen und dann eben auch entsprechende Maßnahmen ableiten und vielleicht das wieder gut machen, was man vorher verbrochen hat.